Kaum startet der Oktober, schickt er uns auch schon nasse und windige Grüße am Dienstag. Denn die Wolken- und Niederschlagsspirale von Tiefdruckgebiet Dagmar, die dreht sich über Deutschland regelrecht ein. Also es gibt aber auch ein paar Auflockerungszonen, wie wir hier sehen. Und Tiefdruckgebiet Dagmar liegt am Dienstag gegen Mittag genau über dem Ärmelkanal und schickt uns seine Frontengelande über Deutschland hinweg. Zudem ist es auch sehr windig, vor allem an der See und in Nordrhein-Westfalen. Wir sehen es an der Nordseite des Tiefs weht hier Ostwind und an der Südflanke kommt Westwind mit kräftigen bestürmischen Böen auf Nordrhein-Westfalen. So, da werden also so manche bunte Herbstblätter am Dienstag bereits von den Bäumen tanzen. Denn bereits der Vormittag ist in der Nordhälfte verbreitet, trüb und nass, eben mit kräftigen Ostwind an der See. Und lebhaft bis kräftig auffrischendem Wind aus West in Nordrhein-Westfalen. In der Mitte allerdings, da zeigt sich zeitweise die Sonne und im Süden überwiegen ebenfalls die Wolken. Zum Nachmittag hin setzt dann im Süden Regen ein. Die Auflockerungen dehnen sich aus der Mitte in Richtung Sachsen aus. Und im Norden, da bleibt es einfach nur trüb und regnerisch bei weiterhin kräftigem Wind aus Ost an der See. Also ein nasser und sehr windiger Dienstag, der uns da eben bevorsteht. Tja, und das Ganze bei null Sonnenstunden, also hier trüb und grau an der Ostsee und auch in Richtung Alpenvorland sieht es traurig aus. In der Mitte allerdings, da kann es bis zu fünf Sonnenstunden geben. Das ist also dann ein doch recht freundlicher Tag in Summe hier bei nur einzelnen Schauern. Die Tageshöchstwerte kühle 10 Grad unter den Regenwolken, vor allem hier in Vorbommern. Aber mit den Auflockerungen kann es sowohl hier im Osten, im Großraum Leipzig als auch im Südwesten an die 18 oder 19 Grad geben.